Hallo und herzlich willkommen zurück zu SCP. Ich habe jetzt die neueste Version runtergeladen. Ich habe jetzt nochmal bis hier unten gespielt, also ihr habt doch nicht wirklich was verpasst. Es war genauso wie vorher auch, aber es sollen jetzt wohl neue Monster dazugekommen sein. Bis jetzt habe ich von denen noch nichts gesehen. Wird wahrscheinlich im späteren Spielverlauf dann mit dazu stoßen. Wir sind jetzt hier da, wo wir schon mal waren, wo der komische Freak mit der Maske drin saß. Und wir auswählen konnten, ob wir ihn freilassen oder ob wir ihn mit dem Gas quasi umbringen. Ich habe ihn jetzt nochmal freigelassen. Ich starte von hier, weil ich gerade eben vor dem alten Sack nochmal weglaufen musste. Der ist diesmal remitenter als vorher. Ich finde das nicht so lustig und ich bin auch schon wieder leicht angeschlagen. Wegen dem blöden Arsch. So, wir sind wieder hier unten in den Tunneln. Da, wo wir letztes Mal eigentlich auch aufgehört haben. Ich wollte eigentlich die alte Version zu Ende spielen. Aber ich kam gar nicht mehr zurecht. Der war so angeschlagen, dass er nicht mehr rennen konnte. Ich habe nichts mehr gefunden. Und ja, was soll ich sagen? Das macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß mehr, wenn man nicht mehr weiterkommt. Ich habe auch keinen Medikit gefunden. Nichts. Und da dachte ich mir, ja gut. Probieren wir mal die neueste Version aus. Und da sie sich von der alten nicht so viel unterscheidet, verpasst man ja nicht wirklich was, sondern hat nur ein paar Sachen noch mit dazu. So, ich glaube, das hier war die Kabine von dem Ding, was man nicht sehen kann, was aber Halluzinationen auslöst. So ab und an mal. Die sieht man ab und zu mal im Augenwinkel. Finde ich nicht witzig. Ich bin ehrlich, ich erschrecke mich jedes Mal vor dem Mist und denke mir, habe ich das jetzt wirklich gesehen? War das ein Schatten auf dem Bildschirm? Werde ich bescheuert? So, und dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt besser zurechtfinden. Oder nicht. Boah. Was ist das hier eigentlich für den Kästen? Kann man damit was machen? Nee. Nö. Den Soldaten bin ich noch nicht begegnet. Das kommt wohl noch. Ah, hier sind wir wieder. Also das sieht alles irgendwie ziemlich gleich aus. Ja, einen Code habe ich immer noch nicht. Nö. Dann halt nicht. Da fahren wir noch mal runter. Oh, der ging ja schnell. Ich wollte gerade heiße Fahrstuhlmusik anspielen. Dann nicht. So, ich weiß hier unten, wenn das immer noch so ist, waren unsere zwei Freunde vertreten, denen man immer schnell in die Arme gelaufen ist. Nein. Nein. Geh weg, Pisser. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. No, jetzt kommt der auch noch. Verdammt. Verdammt. Neuladen. Sorry. Und nochmal von vorne. Diesmal laufe ich mal die andere Richtung. Oh, ich höre ihn schon. Blöder alter Pisser. Hast du keine Freunde, außer mich? Ich kann dich übrigens nicht leiden. Ich will auch nicht mit dir befreundet sein. Geh doch bitte einfach wieder dahin, wo du hergekommen bist. Lauf, 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 lauf. Nein. Falsch. Na, er hat nur das Flipper. Oh, nein, ich hab mich rumgedreht. Ich bin zu doof, ich bin zu doof. Oh, furchtbar. Furchtbar. So, ich hoffe, du lädst jetzt wieder genauso schnell wie eben. Ja. Geh nochmal die Richtung. Wenn der jetzt immer da steht, ja, dann... ...laufe ich besser, glaube ich, einmal ganz rum. Spare mir meine Rennkräfte jetzt mal dafür auf, wenn einer der Vögel wieder auftaucht. Ach, das ist mir zu langweilig. Nee, du bist schon jetzt da. Du kleiner, blöder, dummen Beutel. Hässlich bist du nach der... Oh, na toll. Ja, gehen wir mal... Gucken wir mal, was passiert... Oh, nein. Ach komm, das ist unfair. Das ist unfair. Und er kommt immer noch. Nein! Ich guck dich doch an! Ihr wollt mich doch verscheißern, oder? Ihr wollt mich doch echt verscheißern. Das ist unfair. Ich glaub, die haben die Charaktere noch ein kleines bisschen fieser gemacht in der neuesten Version. Finde ich nicht so gut. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Geh auf, geh auf! Nein, geh auf! Nein, bitte geh auf, bitte geh auf! Nein, bitte! Oh, er hat mich schon, er hat mich schon! Nein! Oh, nein! Warum denn bloß? Schwarzer Bildschirm. Oh, hier sind wir wieder bei schöner Wohnen. Also wenn ich jetzt gleich... Wenn ich hier nochmal rauskomme und ich kann gleich wieder nicht mehr rennen, dann lade ich auf jeden Fall neu. Ach, nö. Wisst ihr, wo wir jetzt schon wieder sind? Diesem scheiß beschissenen Entschuldigt die Ausdrucksweise Scheiß Flur Wo du diese zwei Wege hast zwischen Tod und Rot Illen und Rot Oh, eigentlich müsste ich das hier nochmal direkt abbrechen Na, sitzt du gut da oben auf deinem Thron Findst du lustig, wa? Blöder Alter Falt'n Arsch Komm Ich knie mich hin Ich knie mich hin Oh Die Knieanimation nicht mehr gesehen Oh, ne Und ihr so Auch gerade in der Bucke der Menschen unterwegs Ich hatte gedacht Ich mach hier heute mal Picknick Samstagvormittag So schönes Wetter hier So grün Musste ich einfach nutzen Ach komm, lass mich raus oder bring mich um ehrlich jetzt mal Das macht keinen Spaß Ja, nun Links hinter dich Schon wieder hier Jetzt ernsthaft auf mich zu verarschen Und wir schleppen uns weiter vorwärts Nein, wir laden nicht neu Wir stehen das durch Entweder wir sterben wie Männer Oder wir kommen da nochmal rein und bluten Wie, äh, ja gut Keine Ahnung Aber es sieht aus, als würden wir sterben Mein Bildschirm ist schwarz Und ganz komisch Verwechselt Ich seh nichts mehr Oh, ich hasse die Pocket der Menschen, ne Jetzt bin ich schon Ich glaub, ich komm hier nicht mehr raus Oh, blöder alter Sack Oh, blöder alter Sack Ich hasse dich Ja, ja, ich fühle mich schlecht vom Blutverlust Aber, äh Trinkt mir jetzt auch nichts, ne Ich frag mich auch ganz ehrlich Also ihr werdet wahrscheinlich noch weniger sehen als ich Aber hier auf dieser Plattform Da muss man drüber kommen Ohne von den Steinen erwischt zu werden Die hier rechts und die hier dann einmal im Kreis wandern Wenn man die nicht sieht Wie soll man das denn schaffen? Wenn ich mal die Fresse halte kann man die auch hören Genau, da war er Aber ich kann nicht rennen Ich kann einfach nur laufen Flatsch Und da hat er mich getroffen Ja, aber wie soll man denn da durchkommen? Ernsthaft jetzt mal Ah, da unten Grinst da uns zu Der blöde Pisser Ach, tut mir leid Ich bin jetzt sauer Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ich hab nicht gespeichert Was? Aber ich hab doch gar nicht gespeichert hier unten Oh, bitte tu mir das nicht an Ich springe jetzt direkt hier runter und lade nochmal Tschüss Findest du witzig So, wehe Wehe, wehe, wehe Sonst muss ich nämlich schon wieder von vorne anfangen Oh, Gott sei Dank Aber Hier hab ich auch nicht gespeichert Das Spiel verarscht mich Das war mordsmäßig Komme ich jetzt hier raus? Äh, hopp Komme ich denn hier? Hier war ich schon Ich hab die Tür hier schon auf Ernsthaft? Du hast mich jetzt komplett zurückgeworfen? Nee, oder? Hat er gemacht Das ist nicht dein Ernst Was passiert denn? Wenn ich jetzt nochmal einfach so lade Komm hier, lauf Auf zu schnaufen Nö, ich lauf einfach mal durch Ich hab meine Special Card Ich komm überall rein Oh, komm Lauf, lauf, lauf Ist echt anstrengend mit dir, mein Freund Ist wirklich anstrengend mit dir Du hältst nichts aus Und dann sind wir wieder hier In dem Scheißraum Ich verzweifle Und zieh halt nochmal ein bisschen um Ich frag mich ernsthaft Ob das ein Bug ist Oder ob das gewollt ist Ich frag's mich wirklich Komm, renn Renn, 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 renn Du schaffst das Musst du nochmal zu der einen Schleuse zurückfinden Und dann sind wir auch schon wieder unten Ah, unser Kollege hier Liegt diesmal ein bisschen anders Sieht aber immer noch genauso hässlich aus Und verschwindet, wenn man sich draufstellt Nee, hier will ich nicht mehr hin Ich muss schon hier in dem Bereich bleiben Also wenn man so oft verletzt wird Finde ich, wäre es angebracht Ja, komm Naja Verpiss dich Ähm, ja Finde ich es wirklich an Oder fände ich es wirklich angebracht, ja Oh, jetzt kommt der schon wieder Ähm Wenn man mehr Medikits findet Ich mein, so kann man ja doch nicht spielen Oh Gott Und so kann ich vor dem auch nicht weglaufen Der kann ja kaum noch rennen Null Ausdauer, nix Furchtbar Furchtbar So, jetzt sind wir wieder hier unten Was ist hier unten? Wir waren ja Nicht runtergefahren, aber hier in den Tunneln So, wir müssen wieder runter Um Ja, in die nächste Sphäre quasi zu gelangen Von den Zweien weglaufen Aber so wie das hier aussieht Boah, jetzt kommt der schon Jetzt mal ernsthaft Wie soll ich das denn schaffen? Und ich kann nicht rennen Und ich sollte vielleicht noch mal probieren Ob der Trick mit der Gasmaske Jetzt hier in dieser Version wieder funktioniert Boah, wenn der blöde Erdnussflipp gleich wieder auftaucht Dann ist es sowieso Einfach nur zum Scheitern verurteilt Hörde, kleine Pisköp Die ärgern mich Tut mir wirklich leid Über die Ausdrucksweise Aber die ärgern mich wirklich Na, Schnuffi, stehst und wartest Nein Oh, komm, bitte Nein Verdammt, verdammt, verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Boah, ich will nicht schon Ich, ähm, ich, äh, ich Ne, es geht einfach nicht Ich probiere es jetzt mal Und guck mal, wo ich jetzt starte Eigentlich habe ich ja da unten In dem Fahrstuhl gespeichert Eigentlich müsste ich da jetzt auch wieder starten Etwas Ich, äh, ich, äh, ich bin